Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ashtray. Im letzten Part haben ein Vergangenheits ich diesen schweren Kampf hinterlassen. Ich versuche es jetzt mit Donner. Vielleicht noch zu retten. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's... Ich hab's geschafft. Das ist geil. Oh nein, 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 nein. Ja. Ich hab's gesagt, aber du möchtest es mir nicht glauben. Schau, Togebi will nicht, dass du mit mir, dass es mit dir geht. Also, schau, als ob es mit mir gehen würde. Komm, geh zu Mama. Komm. Hier, Pikachu. Ha, 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 ha. Togebi ist das Pokémon, das wir als Mutter haben. Nicht Pikachu. Das ist lustig. Ist das lustig? Ja, es ist lustig. Ja, hier nimmst du... Dankeschön. Na ja, da kann ich mal Slime wieder nehmen. Ach so. Okay. Weng, weng, weng. Hallo, Ash. Wie geht's dir? Ich hab von dir gute Nachrichten gehört, aber... Ähm, ja. Das sieht aber alles ziemlich gut aus. Also, ich hab ganz vergessen. Hast du schon vom Pokédex Upgrade gehört? Jetzt kannst du Details von den neuesten Pokémon sehen. Ich kann upgraden. Jetzt. 3, 2, 1... Okay. Ist passiert. Keine Zeit zu verlieren. Geh. Empfang ein paar neue Pokémon. Und... ...auch ein paar neue... ...Arena-Orden. Halt aufgelegt. Oh. Da hat uns gerade was passiert. Scheiße. Fängt jetzt aber nicht so an, oder? Bisse nicht. So kann es nicht weitergehen, Leute. Ich speichere. Hier. Und speichere hier. Ich schalte den Emulator kurz aus. Und wir sehen uns gleich wieder. Und ich bin wieder da. Und da mein neues Konfigurieren nicht sehr positiv war, habe ich jetzt seit 400 Screenshots, weil ich die Taste S... ...die bei mir nach unten führt. Außer sehen, als... ... das Screenshot gemacht hat. Und ich hab sehr oft... ...S benutzt. Also jetzt geht auf jeden Fall wieder. Das ist nur die Emulator kurz. Resta. Oh, ein Porenta. Oh, ein Porenta. Das erinnert mich an. Gold, Silber, Kristall? Der Steineichenwald. Oh, ein Porenta. Ich kann mich noch nicht trennen. Sehr gut. Ein Mensch hinterher. Oh, ist ein Weg getan. Äh, tut mir leid. Äh, bist du okay? Sondern... Es ist meine Schuld. Ich war... ... nicht aufgefasst, wo ich hingehe. Okay. Äh, das ist ein Pokémon, den du verloren hast. Tschüss. Wer ist denn ein Pokémon? Überprüft. Er ist leer. Pokémon sind weg. Hat jemand ein Pokémon geklaut? Das ist jetzt, du. Ich bekomme kein Pokémon, glaube ich. Exakt. Oh, tut mir leid, ich... Dann Pokémon gehst du. Wo kann er? Mein... Porenta ist nur... ... zu müde, um zu kämpfen und... ... ist der einzige Weg. Hier, nimm sie zurück. Oh, was? Dass du mir eine Lehre... ... machen willst. Du willst mit mir kämpfen? Aha. Es wird aber ganz sicher verlieren. Mein... ... Rettet. Ich weiß. Chi. Ich weiß, dass es verlieren wird. Dazu bringe ich dich um, weil du meine Pokémon geklaut hast. Chi. Oh. Jetzt hängt die schon wieder auf, ne? Nee, gibt's die nicht. Ganz im Ernst jetzt. Das kotzt mich ab. Noch mal speichern. Und wieder rausgehen. Okay. Ich bin wieder da. Und speichere. Okay, ich hoffe... ... die Probleme haben sich jetzt aufgelöst. Okay, ich hoffe... ... die Probleme haben sich jetzt aufgelöst. ... die Probleme haben sich jetzt aufgelöst. Wow, ich dachte nicht, dass es so gut wäre, dass es so viel Attacke hat. Letztend werde ich es zum Kämpfen benutzen. Das muss ich nicht mehr vor gut stehen. Ich nehme das jetzt, danke. Ähm, ja. Währenddessen... ... in meinem Gameboard Max... ... die WC-Ordner. Von meinen sieben Dateien... ... meinem Emulator... ... und meinen Games... ... rund 827 Dateien... ... Kopie, 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 Kopie... ... mein Emulator, ich weiß es nicht... ... und überall SweetShots. ... und die hat sich dreimal kopiert. 300 Screenshots... ... dann... ... 250 Screenshots dreimal kopiert... ... und alle anderen Dateien haben sich nicht dreimal kopiert. Und der Emulator hat sich achtmal kopiert. Ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall... ... muss ich das, wenn dieses Part zu Ende ist. Tom Emulator hat das wieder in den kurzen Part. ... muss ich das reparieren. Ich weiß nicht, was ich hier falsch gemacht habe. Und in der Taste... ... ... so... ... läuft die Eindrücke... ... ja, Stein... ... nur auf gute Idee... ... es gibt die überhaupt... ... es gibt die überhaupt... ... die die Lippen... ... und in der Nähe. ... ich weiß, ich weiß. ... warum... ... slam ihn? Ich hab Hyrule gesiegt. Oh, du musst Strip nicht mit. Wie sie sagen. Sein. Was ist jetzt los? Okay, sein. Ah, ein Sein, ein Sein, ein Sein, ein Sein. Es leuchtet. Hm, irgendwas Strip nicht mit einem Pizza-Song. Lass mal schauen. Du musst ja keine Saugen drüber machen, Ash. Es ist... Ich kann... Es ist... Es macht sich nur für die Produktion bereit. Es hat sich schon längst entwickeln können. Herr Arm! Irgendwas Strip am Hals nicht. Dankeschön. Oh, wir unterziehen. Wunderlich. 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 Ähm. Oh. 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 So vieles auf einmal. Welche Folge kommt jetzt dran? Wieso mal zurück in der Wandung noch die Folge mit James? Ach, vielleicht kommt die erst. Ich renne wieder zu. Cool doch. Wenigstens hakt es jetzt. Hakt ist hakt. Wenigstens ist es immer so... So... Lame. Was ist denn mit dir? Denkst du nicht... Dass du einfach abholen sollst? Los! Guck mal los! Ich werde damit später was anfangen können. Ja, Team Lockett. Oh, I'm not Jesse. Horvats. Knirps. Ich werde mit diesem... Pokémon... Gewinnen. Was? Du kannst... Mich nicht... Angreifen? Das ist ein... Prinzessenkontest für Mädchen. Ich möchte aber noch nicht so weit... Oh, so viel auf einmal. Ich möchte so gewinnen. Ja, ich möchte gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass ich... Klasse Pokémon genug machen kann. Genau! Willst du mit mir kämpfen? Vielleicht kann ich dann das Prinzessinfestival gewinnen. Dankeschön. Bitte helfen mir. Jessie möchte wirklich dieses... Gewinnerinnenwert. Ich glaube... Ich will hier nur im Weg stehen. Ich warte hier einfach mit meinem... Mount Sieb. Oh, du bist also... Du bist also mit Mysticang. Du musst wirklich ein... Schützelles Mädchen sein, ne? Sehr gut. Ich glaube... Du könntest die Tante. Oder so. Oder wer bist du? Ich weiß nicht. Ah, du wirst nicht so mit dem Bikini gehen. Ah. Also. Fangen wir an. Die Rockets. Würde kein Cap. Die Rockets entsetzt. Ah, okay. Los, Pikachu. Nein. 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 Spul doch einfach vor. Nein. Ich kann nicht vom Spul. Es geht nicht mehr. Komm. Nein. Ah. Fuck. So. Das nächste wird's. Ich muss auch... ...ingesetzt. Ich muss den ab. Ich muss doch immer daneben gehen. Ich muss doch immer daneben gehen. Ich muss das sehr viel ab. Das weiß ich schon. Ich muss damit hier ein Pokémon Center in der Welt. Endlich wieder. Noch mehr Farben. Oh. Die Maus wird auch nicht gesetzt. Hahaha. Levin 20. Ich weiß nicht. Ja. Da denkt dauernd nach Schock. Vielleicht hätte es ihm auch schon geeignet. Ich lasse die Ertöcke gezahlt haben. Weil wenn ich es... ...dass es nimmt mir mein Geld weg und dann wenn ich es nicht bin... ... ich schmeiß jetzt mein Geld wieder an. Oh. Schade. Nein. Nicht Donnerwelle. Okay. Ich finde das ist so nah weg. Aber dann geh doch noch einsetzen. Oh. Das meine ich. Ach ne. Die sind immer mein... Ey. Den finde ich immer wieder, oder? Den sind Licht, aber den brauche ich. 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 Ich hab kein Item mehr jetzt. Wenn ich den nicht mehr finde, ne? Ich hab hier auch in Chesapeake. Oh. Muss man nicht mal... Ich kann das nicht glauben. Ich hab verloren. Ich werde nicht die Sequiner werden. Du hast es zum letzten Mal nicht gesehen. Ah. Ich glaube es hat mir das Item. Ich denke mir sicher. Ich denke mir sicher. Also. Und in die Ferne. Wir müssen jetzt hier gerufen. Du hast es geschafft, Ash. Vielen Dank. Hier. Nimm eins meiner... Ich werde das hier... In der nächste... Ich finde das hier zu... Azuria vielleicht. Äh. Prenklupp und so eine gewählende Prinzessinnen. Ja. Ja. Reißen würde schon das nette kleine Weg gegeben. Die Folge kann ich mich nicht erinnern. Achso. Die gab es schon, aber... Nicht so gut. Irgendwas mit Charnera muss doch auch noch passieren. Ja. 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 Diese Samen-Entwicklungsfestival sieht an, ob dieser Floor etwas umgeben würde, damit es sich entwickelt. Oh! Sie haben sich entwickelt, aber deins scheint sich nicht entwickelt zu haben. Es scheint nicht so gut zu sein, dass sich diese Samen nicht entwickelt hat, aber es ist mein Freund der Grund, warum es so traurig ist. Aber wenn es sich nicht entwickeln will, kann ich auch nichts dagegen tun. Und es ist seine Entscheidung. Es hat ein Recht sich in Schuenschein, wenn es sich entwickelt. Es scheint diese Samen-Entscheidung zu verstehen. Solarstrahl! Da bringen wir diese Samen-Solarstrahl bei! Scheiß auf Tackles! Das braucht doch keiner! Und es ist eine weitere Attacke gelernt und eine weitere Episode abgeschlossen. Bis jetzt nichts mehr! Was muss da noch in mir noch passieren? Ich will da rein! Und ich will da rein! Und dann muss ich noch in den Wind da reinschauen! Naja egal, vielleicht werden wir in eine rätselhafte Sprung gehen im nächsten Part. Es ist ein kurzer Part, tut mir leid, aber ich muss alles noch zusammenschnippeln und dann sehen wir uns. Im nächsten Part von Let's Play Pokémon Ash Grey, danke fürs Zuschauen und tschüss.